Thomas Rüvenacht, es ist kurz nach dem Spiel, aber ich glaube, das ist der Moment, in dem wir lange gearbeitet haben, viel trainiert haben. Jetzt ausgerechnet gegen Bern. Lassen Sie uns teilhaben in einer Gefühlswelt? Boah, es ist sicher ... Ich versuche nicht zu tief hineinzudenken, sonst wird es recht emotional. Ich versuche einfach zu spielen, ein wenig das Spiel reinzufinden, den Rhythmus finden. Im ersten Drittel ging es gut, dann war er etwas zu vorsichtig im zweiten und letzten Drittel. Aber ja, es war schön, dass wir da sein. Aber es war doch eine lange Reise. Es ist jetzt mal ein Spiel. Sind Sie jetzt gefühlsmässig, auch nach dem ersten Einsatz, wo er sein wollte? Ja, ich glaube, ich meine, ich bin schon lange dabei. Von daher ... Ich weiss, es war jetzt lange weg. Aber schade, dass wir verloren haben. Das wäre noch ein Tüpfchen auf dem Ding zu sein. Und ich weiss auch nicht. Es fehlt mir gerade ein wenig die Wörter. Ja, es hat hart gearbeitet, um hierher zu kommen. Und es war schade, dass es heute nicht gereicht hat, um zu gewinnen. Es war dann auch schon beim Bermont. Am besten!